Wir machen hier eine neue FIS-Variante, also zwei Salvia-Voriaten. Zuerst füllen wir ein Eyeball-Glas mit Eishuffel und geben Salbei, frischen Salbei, in einen Boston-Shaker. Den Boston-Shaker mit Eishuffel und einmal Vollei in den Boston-Shaker geben. In der Folge noch frischen Rest Zitronensaft. Die gleiche Menge an Guaven-Sirup. Und 5cl-Wodka. Das ganze fettig schenken über 20 Sekunden. Und dazu kommt ein bisschen das Schmelzwasser. Achtung! Nun doppelt abseilen. Mit Sodawasser auffüllen. Dekorieren kann man ja wunderbar mit einer Zitronenzeste. Und etwas Salbei. Einen Trinkhalber dazugeben. Zus 소zön! ? ? ? ? ?